Ähm, 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 Betrefftehörnstein. Ja, ja, Feuertreppe? Kann ich wieder gehen? Oder so? Ja, kann ich. Gut. Sehr schön, sehr schön. Und die Frames hängen immer noch rum, aber das ist mir egal. Jetzt, hier sind sie bei 30. Gerade eben waren sie wieder auf 60, als ich mit Kenny geredet habe. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Hey, Crystal. Kann ich die Sonne angucken? Ich will die Sonne angucken, nicht den Horizont. Wie viele Kirchen gibt's denn hier? Heilige Scheiße. Also, wirklich heilig. Wie viele hier? Ich habe einen Schöpfchen. Ich bin ein Schöpfchen. Ich bin ein Schöpfchen. Ich bin ein Schöpfchen. Wer war das? Was war das? Wer war das? Wer war das? Ich habe die Sonne angucken. Ich habe die Sonne angucken, um sie zu dem Herzen zu bringen. Es wird nicht ein einfaches Reise zurück nach River Street, aber es wäre nicht unmöglich. Ich bin mit dir. Ich muss einfach nach oben gehen. Ich dachte, du und Omid würden mit mir kommen. Was ist das? Wir können uns nicht aufhören. Wir können uns aufhören. Ihr zwei seid seit Tag 1. Was ist das? Tag 3? 4? Na gut. Haben wir hier auch nichts mehr? Gehen wir halt mal da rüber. Da ist ja auch noch Omid. Omid, Omid, Omid. Wackel, wackel. Hey, Dude. Was ist hier passiert? Belltower. Das ist was passiert. Hm. Ja. Das könnte mir helfen. Hey. Ich denke, du bist Clems' Lieblings. Weißt du das? Wirklich? Ja, sie ist ein großer Fan. Du gehst mit was ich nie. Wir holen sie zurück, Lee. Du weißt das, oder? Ja. Wenn wir diesen Mann bekommen, wir kommen aus der Zeit und dich mit ihm verlassen. Du verstehst mich? Ich verstehe dich. Wie geht's? Wie geht's? Es geht viel besser. Danke, für mich in Crawford zu gehen. Auch wenn es nicht komplett für mich war. Clementine auch. Sie ist schwer wie hell. Sie ist nicht? Ja. Ja. Wie kommen wir denn da rüber? Ah. Aber wir können da ja jetzt so nicht rüber springen. Sag ich doch. Sag ich doch. Aber da war doch eine Leiter. Nimm doch die Leiter. Auch wenn du sie nicht tragen kannst. Aber hier sind Leute, die haben noch beide Arme. Das funktioniert bestimmt. Ich bin da guter Dinge. So, hier. Leiter. Oh. Oh. Er kann das auch mit einbauen. Ja. Dahin. Oh, 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 oh. Oh Gott, ich hätte so Angst. Die Bellen. Ja, wir können uns ein bisschen Zeit holen. Wir können so viele, wie wir hier können. Wir können uns auf den Rücken auf der anderen Seite auf den anderen Seite zurückkommen. Du denkst, dass du derjenige sein sollte? Meine Legge fühlt sich besser. Ich lasse es. Wenn wir entscheiden, wer das so macht, dann sollte es der Mann, der das wenig zu verlieren. Was ist das Schlimmste? Oh Mann, wieso sagst du sowas? Ist doch... Na gut, dann los. Okay, langsam. Langsam und vorsichtig. Langsam und vorsichtig. Nein. Ich hab... Scheiße. Scheiße. Keine Wäsche, Mann. Nelte ein Mida auf deinen Kopf. Was passiert, wenn ich jetzt siehe? Also genau das, was vorher ca. 10.000 Mal gesagt wurde. Soll ich da drüberspringen oder was? Das kannst du aber voll vergessen. Das sind noch bestimmt, keine Ahnung, 4 Meter. Leiter? Da ist keine Leiter mehr. Ich mach ja schon, ich mach ja schon. Ihr helft mir aber, ne? Ihr nehmt meinen Arm. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ganz flott. Ganz schnell. Ich wollte das nur auch mal machen. Holy? Come on. Just come the fuck on. Well, we're not coming back here, after we find Clem. Who? Fuck. How could this happen? It's a guy on the radio, the one that's got Clem. They're gone. Holy shit, they're gone. Relax. Hey, guys. No, it wasn't the guy on the radio. Es war Vernon. Nein, der Mann. Die Invalids? Der Schlechtreie schläftigte Ihr Charakteristisch. Aber ja, die Invalids. Er ist richtig. Sie sind nicht Invalids. Sie sind nur Leute. Leute, die mit schütter Situationen zu verhalten haben, sogar länger als wir haben. Sie haben keine Worte, die auf uns auf uns getroffen hat. Aber er wollte sie doch mitnehmen. Er wollte doch auf sie aufpassen. Warum macht er dann sowas? Was ist denn Scheiße? Sie haben keine Worte, bis Sie und Ihr Freund brauchen etwas. Sie haben keine Worte, ohne uns. Also, schau es, okay? Warte über die Worte. Du kannst die ganze Welt schreien. Ich werde diesen Mann wünschen, dass der Cancer ihn hat. Du solltest. Es ist so ein Moment. Wir können das in den Küchen machen. Was denkst du, Lee? Was tun wir jetzt, ohne ein Boot? Ich weiß, dass ihr zwei nur für Nummer 1 ist. und Nummer 2, ihr wisst. Es ist nicht so, Mann. Es ist nicht so, Mann. Es ist nicht so, Mann. Es ist andere Sachen zu spielen, all right? Was, du hast das Boot hidden, irgendwo? Geht in die countryside. Wir sind mit den Städten und Straßen und Boatsen zu lange. Take her aus da. Live as safe as you can, okay? Ja, wir müssen raus in die openen Städte. Du wirst das, was ich für. Das ist bullshit. Du vielleicht nicht sogar hier sein. So, with all due respect, Lee, his opinion doesn't carry a lot of weight. Hey, it's still his little girl out there. She's number one. That's the end of that, okay? But what about... Oh, shit! Here we come! In the house! Och, na super. Ey, nur scheiße am passieren. Gibt's nicht da irgendwie was Gutes? You shouldn't be able to get into the backyard, right? Maybe not. We can secure this place. Christa! Äh, äh. Get on the windows in the front room. Check the boards. Got it. Kenny. Look for weapons. Gather anything you can find. Will do. Omid! What is it? Hm? Front doors! Ruh! Eee! Ha 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 ha! Vick! Rang! No! Eee... Lee! Help! Cut their fucking arms off! There's gotta be a knife or something in there! Womit? Hurry! Ha ha ha! Witzig, witzig. Hier vielleicht? Ja! Awesome! Super gut. Ja, ja. Oh, das mach ich gern. Zack! Und zack! Und... Na! Zack! Noch was? Oh, hier. Ähm... Ähm... Get ready to fight. This place seems sturdy to me. I think we're fine. Mhm. Ja. Total sicher. Sturdy my ass! Get upstairs! Go! War das gerade nicht... War das gerade nicht Bree? Das ist doch Bree. Guck doch mal. Das ist Bree. Verdammt. Oh, nein. Nochmal. Wir können uns selbst getrennt, so viele wie wir können. Wenn wir eine Öffnung sehen, gehen wir. Wie viele Bullets habt ihr? Three. Five. Four. Ihr wisst, wo wir aimieren.